Norddeutscher Rundfunk 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 2.0 Arro! 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 Meine Damen und Herren, Sie sind willkommen im Prag, bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallten Sitzen, bis die Kollegen im Kopf mit den Anschnallzeiten aufsteigen. Es war uns eine Vorderseite auf dieser ganzen Strecke zurück an. Jetzt noch mal einen schönen Aufmittag, haben Sie einen schönen Aufenthalt, vielen Dank und auf Wiedersehen. Liebe Damen und Herren, willkommen zu Prag. Wie können Sie sich mit Ihren Sieben in Vossen? Und die Kollegen sind in der Kampagne, die Sie in der Kampagne haben. Es war uns ein schönes Glück für uns auf der Schöpfung. Wir wünschen uns einen schönen Abend, einen schönen Abend, einen schönen Abend hier. Vielen Dank und gut-bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.